Seit dem 15. April sind ja die letzten AKWs in Deutschland abgeschaltet, weil sie darauf bestanden haben, dass Atomenergie eine Hochrisikotechnologie sei. Ja, das ist richtig. Ja, trotzdem waren sie neulich in der Ukraine und haben zu ukrainischen Meilern aber gesagt... Ja, ja, da habe ich gesagt, die Ukraine wird weiter an Atomkraft festhalten und das ist auch klar und das auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Aber in Deutschland liefen sie auch sicher. Ja, ich habe nichts anderes behauptet. Trotzdem schalten sie sie hier ab. Natürlich. Aber in der Ukraine ist es okay oder was? Natürlich, da sind sie auch schon gebaut. Ja, hier sind sie auch schon gebaut. Ja, aber wenn es hier zu Störungen käme, dann wäre vieles zerstört und unbewohnbar. Das kann Ihnen in der Ukraine ebenso passieren. Nein, doch. In der Ukraine ist ja durch Putin das meiste bereits zerstört und unbewohnbar. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Vielen Dank.